Pranaheilung 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 So, warum Sie muss Pranaheilung Pranaheilung lernen überhaupt? Nummer eins, du lernst in einer ganz kurzen Zeit, wie kann dich selbst helfen, in täglich leben? Direkt am Arbeitsplatz, zu Hause, auf dem Sport oder in Urlaub, egal wo du gehst, kannst du Pranaheilung anwenden und eigene selbst. In jedem Zustand kannst du das anwenden. Es ist eine tolle Ergänzung zur Schulmedizin und anderen Therapien. Bei mir habe ich ein paar körperliche Probleme gehabt, zum Beispiel Nebenholen. hat viel länger mit Nebenholen zu tun. Mit Yoga geht es besser. Aber mit Pranaheilung, ich habe an mich, an selbst anwendet Pranaheilung, meine kurze Zeit war es total weg. So, es ist eine phänomenale Methode an dich selbst anwenden und auch andere. Zum Beispiel in deinem Beruf, du bist ein Artist oder Künstler. Wenn du regelmäßig, wenn du Pranaheilung in den Pausen anwendest, du bist mehr kreativ, du hast mehr Energie. Zum Beispiel, du bist Sportler, ich kenne viele Sportler, haben selbst verletzt und du musst länger auf der Bank sitzen. Wenn du Pranaheilung anfangst zu anwenden, du sitzt nicht länger auf der Bank. Bei mir war Knie. Und da habe ich Anwendung auf dem Knie und 100% wieder alles weg. Oder du bist ein Manager. Und wie viele Manager haben sie Born-Out-Syndrom? Die tun die Arbeit fantastisch. Aber wenn sie Pranaheilung integrieren in eigenes Leben, selbst helfen kann, die sind nicht mehr so regelmäßig krank. Der andere Weg ist in der eigenen Spiritual-Entwicklung. Für mich war das ein riesen Schub in meiner Spiritual-Entwicklung durch Pranaheilung. Ich habe anfangs zu verstehen, die Bedeutung in allen Religionen überhaupt. Und respektieren, alle Religionen und zu respektieren und zu lernen von dem. Und Pranaheilung hat so schön geholfen mich in meiner eigenen Entwicklung. Und das kann ich persönlich von meinem ganzen Herzen sagen. Das sind tolle, tolle Methoden, egal was du machst, einfach zu integrieren in mein Leben. So, ich hoffe, Sie versuchen einfach auf einen Vortrag zu kommen. Neugierig sind. Und einfach experimentieren. Und dann können Sie selber entscheiden, wie wunderbar diese Methode ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.